ja model bau wer hat gedacht dass so lange das dauert aber jetzt die farbe habe ich einen feller gemacht weiß ich auch nicht aber viel spaß hallo leute willkommen zurück bei red talks für unsere model bau der demo part nummer fünf jetzt wir sind bald normalerweise fertig mit dem flugzeug glaube ich es ist auch noch nicht gesagt ist alles fertig so jetzt weiter geht's mit lackierung ich habe euch gesagt dass ich versuche mal der flugzeug kann es in ordnung zu bringen mit lackierung und ok jetzt habe ich auch der airbrush aber vielleicht muss man die auf die size und die drückt vielleicht ich weiß auch nicht also sie sehen auch er nimmt auch nicht alles auf 100 prozent ok jetzt wechseln mal und farbe sowie wechseln die farbe ok ok das war auch zu viel glaube ich das sollte ich noch mit die pinsel ja aber mit dem pinsel ich bin auch einfach ein stück stück zu groß ist alles ok ja so viel präzision haben wir nicht leider in dem spiel für den moment vielleicht kommt das noch ich habe das auch erwarten die der letzte folge es kann sagen dass wir bekommen auch präzision oder ist vielleicht auch nicht nötig präzision ich weiß auch nicht also wieso man könnte auch noch drangehen mit der airbrush am ende ok das ist auch wieder fertig was haben wir noch hier das müssen wir auch ok das ist die boden und das ist auch wieder fertig machen wir oben erst mal aber ich gehe auch auf size vielleicht die drück mit mehr drückt das hat so an nicht so viel drück aber ich sehe das funktioniert jetzt auf einmal ok dann werde ich sagen es ist vielleicht eine anstellung mit dem airbrush aber jetzt ja sieht auch nicht so toll aus ja ok gut mit airbrush es ist wie gesagt nicht die feine arbeit aber es funktioniert trotzdem ok das ist weg die nächste teil bitte ja und ihrer ist wieder boden airbrush ich habe das falsch gemacht ich habe erstmal der obere teil gemacht oder ich weiß auch nicht ob das war die boden wird mal sehen ich könnte sowieso man können sowieso danach korrigieren ist auch nicht so schlimm ok neue teile bitte C22 ok da ist alles dann lackieren ok dann erstmal nehmen wir das ja sie sehen auch ja da hat man ein paar fälle ok aber erstmal ich stelle alles da assembly ok da haben wir erstmal das aha es war falsch ja ja das wusste ich nicht ich habe auch gedacht ok gut das ist auch nicht so schlimm weil wir können das auch jetzt gerade wieder lackieren wieder lackieren wieder lackieren ja ich soll das auch wieder lackieren weil sonst haben wir ein problem aber mit dem airbrush das ist auch die sache dass man auch ja jetzt habe ich auch leider die flugzeug ok ich gehe dran einfach so sowieso ich werde sagen ich kann korrigieren jetzt wo war das jetzt das ganze flugzeug ja 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 ich muss erstmal das korrigiert ok ok aber mit airbrush werde ich das nicht machen weil da haben wir ja das war auch die sache dass ich komme auch dran und die andere ich habe auch gedacht das wäre die boden aber das war nicht die boden ja und jetzt haben wir auch die probleme das oh nein ah das war so schön gemacht jetzt mache ich auch einfach nein ah ärgerlich oder ärgerlich dass ich sabotiert meine ganze arbeit ja es war ärgerlich dass ich meine ganze arbeit sabotiere jetzt gut was ist sabotiert es ist auch nicht mehr so wie schön wie damals oder das geht noch das geht noch aber das geht noch das geht noch oder ich hoffe mal dass es funktioniert noch bewegung jawohl ja doch das geht ja doch das geht ich habe auch nur eine kleine ich sehe noch dass ich bin drangegangen hierher ich wollte das auch nicht aber gut gut das geht noch es ist nicht so schlimm oder so schlimm ist das nicht da bekommen wir so ich bekomme immer noch ein guter effekt glücklich und ich drehe das ganze flugzeug ja Sie sehen auch, es ist okay, das ist auch nicht so schlimm, doch, 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 das ist auch trotzdem, ja, ich habe auch etwas gesehen, das ist mir nicht so gefallen, das ist irre, ja, das ist auch nicht so perfekt, gut, man könnte auch. Ja, wirklich, ich bin auch nicht jemand, der einfach so meckert wegen dieser Sache, aber man könnte das auch verbessern, okay, jetzt ist auch meine ganze Speziallackierung Silber, aber das könnte ich noch, äh, wieder nicht noch hinbekommen. Okay, dann mache ich auch nicht mehr so viel rum jetzt gerade, es war auch trotzdem viel Arbeit, muss ich so geben, mir diese ganzen Teile zu lackieren, das nimmt Zeit, das ist so wie im normalen Leben. Okay, 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 jetzt gehen wir wieder rein, Assemblage, so Montage, okay, was brauche ich jetzt noch? Oh, aber die ist nicht lackiert, oder? Ich habe Teile, ich weiß nicht, ob das ist lackiert. Okay, das passt, das war auch eine Zauberarbeit. Oh, nein, ihr nicht, ah, Sie sehen auch, das man könnte auch nicht so denken. Aber egal, ich könnte das noch, äh, wieder lackieren. Ähm, aha, aber das war korrekt, okay, Sie sehen auch, okay, jetzt gehe ich dran, nicht mehr die Airbrush, weil der Airbrush, weil der Airbrush macht einfach leider alle Teile gemeinsam lackieren. Aber, mit dem, mit diesem Pinsel, das geht einfach. Okay, jetzt haben wir auch, nein, ich habe euch gesagt, da muss man wirklich vorsichtig sein, mit Farbe. Okay, reddish, äh, green, okay. Ah, es passt. Ah, ja, ich muss das auch, ich muss aufpassen auf diese Kanzel. Okay, 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 das brauchen wir auch. Äh, ich muss auch hierher noch etwas machen. Okay. Äh, ja, hierher ist auch nicht so schlimm, wenn man auch etwas grün oder white, weil das ist ein, keine grün, das ist ein weiß, ne? Okay, aber ich glaube, trotzdem, der, das Arbeit am Ende wird auch gut aussehen, ich hoffe mal, ne? Also, ich bin auch nicht so sicher, so, okay, da fällt noch, äh, da fällt noch zwei Teile, okay. Okay, oh, mehrere Teile, sogar, ich habe auch gesagt, das fällt nur zwei Teile, nein. Ah, 31, ah, 34, okay, zu late, die Reife, mhm, okay. Ich weiß auch nicht, was das ist, ihre. Ah, und das sind für die, äh, Reife, okay. Äh, habe ich alles, ihre, okay. Okay, jetzt. Ja, die sind, ah, ah. Die Teile, oh, wo ist die Teile? So, wie ich sehen, die ist auch Teil, ähm, im, im dieser Green Wish White Lackier, okay. Das könnte man machen. Okay, aber jetzt die Reife, das muss auch im Schwarz, das ist klar, oh, Schwarz und Silber, ah, 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 Moment mal, das sind auch einfach zwei Farbe. Ob man bekommt, das mit Silber? Ja gut, aber, äh, erst mal, das muss in Schwarz. Und wir haben Flatblick und Rüberblick, im Rüberblick, ah, im Rüberblick passt das, okay. Und B36, ah, das ist, das kommt jetzt noch in andere Farbe. Aber, im Silber, äh, äh, ist, äh, Matt, äh, Metallic, Metallic, Aluminium, das Aluminium ist auch nicht so gut. Gut, das haben wir auch gesehen, so, ich habe auch gesehen mit euch, äh, Pearl, Natural Steel, oder Silver, hm, machen wir Natural Steel. Ja, man könnte das auch nicht so erkennen, aber es ist trotzdem Natural Steel. Okay, so, Natural, Metall, Naturel, äh, so, Natural, äh, Metall. Hoppla, okay, und das sollte man auch, äh, auch, äh, lackieren, aber, ah, ich werde sagen, mal lackieren das auch. In diese Farbe, jawohl. Okay. Jetzt, das ist auch alles lackiert, sehr gut. Okay. Ah, B35 habe ich vergessen zu lackieren. Ah. Okay, Moment mal. B35 ist auch noch nicht mal lackieren. Äh, Curent-Modell. Reset. Curent-Modell, jawohl. Und das habe ich, äh, Rüber-Black gemacht, hm. Okay. Jetzt, könnte man weitermachen. Äh, erstmal bohre ich, die Teile, ihre. Okay. Dann, bohren wir das hier. Das hier, okay. Äh, ja. Man könnte das auch jetzt machen. Äh, wo ist die Flugzeit, wo ist mein Flugzeit? Oh, nein. Ah, jetzt kommt das hier. Okay. B36. Äh, okay. Aber, wo kommen die Teile, ihre? Äh, habe ich etwas falsch gemacht, oder wie? Okay. Okay. Ja, ich könnte das auch nicht mehr, äh. Ah. Was ist hier los? Oh, okay, aber... So, wieder aussehen. Äh, okay, okay, okay. Ja, ich komme auch nicht mehr dran. Das ist auch schon, äh, 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 okay, okay, gut. Puh, oje, 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 oje. Da hat man ein Problem, äh, so, ich habe gemerkt, jetzt, dass wir haben noch ein kleines Problem. Ich habe leider einen Fehler gemacht, weil die beiden Teile ihrer kommt noch mal zu der Reife, aber sie sehen auch, mhm, jetzt könnte ich das auch nicht mehr ansetzen, ei, 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 ei. Drap and drop part and sprue from... Ja, ich kann das auch nicht mehr wegmachen, oder? Okay. Ich werde sagen, mhm, pff. Mal versuchen, einfach ihre... Alles zu haben. Weil der sagt mir auch, dass ich... Sollte einfach... Ja, ich mache erst mal alles weg. Vielleicht hilft das uns. Ja, Sie sehen auch, da gibt es auch nicht mehr so viele Teile. Ich nehme alles. Ja, weil man könnte das auch alles so nehmen. Okay. Jetzt haben wir noch, äh, aha, die Farbe, ja, Sie sehen auch. Aha. Okay, 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 aber ihre... Da ist alles weg, oder? Ah, nein. B44, okay. Und E? Ja, ich habe alles geschnitten. Werden wir sehen, aber jetzt... Ja, ich habe ein kleines Problem, also... Dass die Teile... Ah. Äh, wo ist das jetzt? Wo sind wir? Ja, die Teile ihre... Ich könnte das leider nicht mehr ansetzen, oder? Äh, wo bin ich jetzt gerade? Ah. Ah. So. Äh, da war auch mal... Ihre, okay, aber... Ah, okay. Ja. Ah. Was brauche ich jetzt? Ah. Ich muss, äh, wieder erst mal... Oh, was ist hier los jetzt? Ich bekomme auch nicht mehr meine Teile, oder wie? Ja, jetzt habe ich, äh, wirklich... Ah. Ich habe auch keine Ahnung jetzt. Ich will einfach gerade das Modell fertig baue. Und jetzt... Ja. Vielleicht sollte ich auch nicht mehr anfangen mit der Reife. Okay, Moment. Ja, das war vielleicht auch ein Fehler, wo die... Wo die Version, so die Prä-Alpha... Das kann auch gut sein, ne? Ja, jetzt... komme ich auch... Ah, jetzt, was ist das hier, okay. Okay, jetzt bin ich da. Ähm, hoppla. Ja. Ja, das muss man auch... ...lackieren. Äh, das lackieren wir auch einfach... ...genau mit, äh, der Airbrush. Äh, Curent Modell, ja. Nein, da habe ich jetzt, äh, einen Fehler gemacht. Ja, super. Und ich habe euch gesagt, äh, da müssen wir nicht unbedingt mit, äh, der Pen-Brush überall gehen, ne? Ich sehe... Sie sehen auch, dass ich mal auch... ...die Felle... Okay, aber ich versuche das auch zu korrigieren. Sie sehen auch, dass... ... man könnte auch korrigieren, ne? Das sollte man auch nicht... Äh... Okay, aber, äh, das andere, hm. Das Schwarz, wird leider, äh, dranbleiben, oder? Ich habe auch keine Ahnung. Hahaha. Ich habe euch gesagt. Mit dem Airbrush, da müssen wir auch langsam umgehen. Aber ja, hm, ich komme auch nicht mehr dran. Oder? Hm, hm. Ah, doch, doch, doch. Aber, uah. Was für eine Arbeit jetzt, ne? Ich bin aber wirklich mit dem kleinen... ...Pinzel, hm. Okay. Haha. Man könnte das auch nicht mehr sehen, oder? Haha. Haha. Schreib ruhig in die Kommentare, wenn du noch etwas gesehen hast. Okay, aber ihr, ich hätte gern das Schwarz haben. Ja, und leider... ...bekomme ich das auch nicht schwarz? Warum das? Äh, doch, doch, doch. Jetzt, ja, ich muss leider auch, äh, mit der Mordere Farbe auch wieder eingreifen. Äh, äh, ja gut. Man könnte das auch machen, das ist auch kein Problem. Oh je, wir haben schon 30 Minuten Aufnahme, okay. Da versuche ich noch... ...zu pimen. Da versuche ich noch... Pim... äh, äh... ...zu... ...zu plänen. Ja, aber jetzt... ...sie können auch sehen, dass... ...dass war auch die Fälle zu viel von mir, okay, gut. Nicht so schlimm. Sowieso, da kommt noch, wieder was. Okay, aber was ist das? B40, okay. Und dann kommt noch eine... ...ah, B40. Man könnte das auch... ...sogar mit, äh... ...okay, nein. Moment, Moment, Moment. B... B31, das muss ich noch, äh, in Farbe machen, okay. C... Ah, da ist noch etwas hier, okay. Okay, Sie sehen auch... ...das wird alles, äh... ...fällt noch eine Teil, oder? Ja, da fällt noch eine Teil, okay. Okay, da fällt noch sogar mehrere Teile. Okay, aber gut, äh... ...da weiß ich auch nicht ganz genau, was wir brauchen wieder. Ah, Ihre. Nein. C45. Ah, das hier, okay. Okay, das Eis. Das könnte man auch... Äh, äh, in Farbe bringen, okay. Pen Brush, okay. Was haben wir? Rüber Black. Ja, das könnte man auch in Rüber Black machen. Ah, wirklich achten auf die Details, ja. Okay. Okay. Ja. Ich werde sagen, das passt schön, oder? Ja, seitlich noch. Okay, okay. Äh, wir machen noch zwei Minuten. Und dann schließe ich auch diese Partie am Ende. Ja, weil ich habe auch jetzt gerade gesehen, wir haben auch schon 34 Minuten aufgenommen. So, ich habe aufgenommen. Und wie gesagt, das war alles in einem Tag oder zwei Tagen vor, bevor das der Demo verschwunden ist, die ganze Aufnahmen. Weil ich, ich habe auch nicht mehr das Spiel zur Verfügung, aber so viel Spass macht dieses Spiel einfach. Äh, aber das, ich war falsch. Man wollte auch nicht alles in die gleiche Farbe machen. Ja, Sie sehen auch, ich könnte auch versuchen mit dem Pen Brush, aber dann muss ich auch alles klein anstellen. Ja, Sie sehen auch, ich muss das wirklich ganz klein anstellen und dann funktioniert auch nicht alles. Das ist einfach, äh, so, jetzt, äh, reddish grey, ja, reddish grey, aber da muss ich auch wieder vergrößern. Ja, Sie sehen auch, ah, es funktioniert auch besser so. Ah, ja, die kleinen Details, wir sehen auch, dass man könnte auch einfach wirklich, okay, ich muss auch die Pinzeln wieder klein machen. Ja, ich habe auch wirklich versucht, meine Besten für das Flugzeug zu machen mit euch, aber Sie sehen, das ist auch nicht so wirklich möglich, ne? Aber vielleicht trotzdem die erste Flugzeuge besser gemacht, ne? Schreib ruhig in den Kommentaren, ne? Es ist für mich auch nicht ein Problem, wenn du sagst, ah, der Flugzeug ist auch nicht besser, du nimmst so viel Zeit. Aber ich gebe mir Mühe, ich will einfach sehen, ob man das wirklich, so wie im normalen Leben, das sich vorstellen, dass so viel Arbeit zu steckt, zu sehen, ob, ja, ob das wirkt oder nicht. So, jetzt habe ich auch, ja, jetzt mit dem Pinsel, ich habe auch jetzt was gesehen, dass es funktioniert, einfach. Ja, da muss man auch einfach wirklich dran gehen und, hopp. Okay, aber hierher, mhm, mhm, leider nicht. Ja, hierher muss ich auch sowieso jetzt, hab ich schon gesehen, ja. Okay. Okay, da wechsle ich, äh, Farbe. Und dann mache ich auch die Pinsel ganz klein. Ja, jetzt, es funktioniert auch besser. Ja, gut, so top, top, äh, bekomme ich das auch bestimmt auch nicht, äh, muss ich sagen. Vielleicht muss ich auch, äh, viele Stunden dranbleiben, aber so viel Zeit haben wir auch nicht, hm. So, ich habe auch nicht so viel Zeit, werde ich auch gerade sagen. Dass ich bleibe einfach fünf Stunden dran, nein, 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 da habe ich auch nicht so die Interesse. Okay, gut, aber jetzt 38,50, oje, oje, zwar eine lange Folge, ne, oder? Aber ich hoffe, sie haben auch Spaß. Sie sehen auch, dass man, man könnte das auch, so wie ein normaler Modell bauen, einfach das entwickeln lassen. Und so, hm, Kreation auch dazu. Ja, ich wünsche euch alles gut, wir sehen uns noch. Bleibt gesund, wir sehen uns noch. Ciao. Katastinen Untertitelung des ZDF, 2020